Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er hat noch gelebt, aber wir konnten nichts mehr für ihn tun. Mein herzliches Beileid. Einer von Ihnen hat uns einen anonymen Brief geschickt und uns darum gebeten, ein Opfer der Äther persönlich zu treffen. Das ist totaler Unsinn. Es ist die Organisation, die sich entschuldigen muss, nicht wir. Es geht hier nicht um einen kollektiven Prozess, sondern um etwas Persönliches. Sie haben etwas aus mir gemacht, was ich mir nicht ausgesucht habe. Bis zum Tod. Du nimmst an den Treffen mit Äther-Leuten teil? Warum lässt du dich darauf ein? Ich lasse mich auf nichts ein. Ich will raus. Wir gedenken heute aller Opfer des Terrorismus. Ohne Ausnahme. Sie wirkt wie eine gute Frage. Soll ich mich erinnern, was für ein Idiot ich war? Faschisten! Ich habe vier Menschen getötet für diese beschissene Organisation. Also erzähl du mir nichts vom Verrat. Außerhalb der Gruppe ist es kalt, Yvonne. Alles wird gut werden. Beruhige dich. Das ist doch auch bloß wieder eine Show. Einmal mehr. Juan Mari hätte sogar mit seinen Mördern geredet. Das weißt du ganz genau. Was ist mit dir? Luis hatte einen Treffen mit Maishabelle. Ich werde das auch machen, Mama. Dieser Typ da repräsentiert niemanden. Wie viele von denen bereuen ihre Tat? Zehn? Von heute an wird uns dieser Tag an das erinnern, was geschehen ist und was niemals wieder geschehen darf.